Von oben betrachtet sieht die Welt ganz anders aus. Von oben betrachtet erkennen wir Hindernisse, aber vor allem den Weg sie zu überwinden. Alles wird auf einmal so einfach. Fendt hat sich schon immer der Aufgabe gewidmet, ihnen das Leben und die Arbeit so einfach wie möglich zu gestalten. Deswegen betrachten wir die Dinge immer aus einer anderen Perspektive. So lange, bis die Sicht frei ist. Der Fendt Cargo T740 vereint das Beste aus Radlader und Teleskoplader und ist nicht einfach nur ein Arbeitsgerät. Es ist ein Konzept. Ein Fendt. Und damit echte Rundumsicht. Bei komplett angehobener Kabine haben Sie auf einer Sichthöhe von 4,10 Meter Ihr Arbeitswerkzeug optimal im Blick. Und dazu eine 360 Grad Rundumsicht. Durch die am Sitz verbaute Bedienkonsole ist der gewohnte Fendt Bedienkomfort garantiert. Fendt Fahrer kennen sich praktisch auf Anhieb aus, denn auch die Tastatur in unserem Teleskoplader ist im gewohnten Fendt Farbkonzept angelegt. Was für ein Fahrkomfort. Vor allem durch die einzigartige Kabinenfederung. Fendt eben. Und damit echt robust. 4 Tonnen Traglast, 7,70 Meter Hubhöhe. Kein Problem für den Cargo T740. Intelligent konstruiert und massiv gebaut. So sorgt der fahrzeugmittig angeordnete Teleskoparm für eine gleichmäßige Kraftverteilung. Maximale Losbrechkraft und Hubleistung auf Radladerniveau. Durch die Z-Kinematik werden die Kräfte ideal in die Schaufel des Teleskopladers gelenkt. Fendt heißt aber auch, eigene Entscheidungen treffen zu können. Die Load Sensing Regelpumpe erlaubt Ihnen, Hydraulik so einzusetzen, wie Sie es brauchen. Die Langsam-Fahreinrichtung ermöglicht auch bei geringer Geschwindigkeit eine höhere Motordrehzahl und damit mehr Hydraulikleistung. Der Fendt Cargo T740 hat alles, was ein echter Fendt braucht. Aus jedem Blickwinkel. Der Fendt Cargo T740 Lifted Up Der Fendt Cargo T740 Vielen Dank.